Bonde! Hallo Bucachos! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren richtig gediegenen Folge Rainbow Six Siege in euer Gesicht, im Rank-Modus natürlich, auf Café Dostoyevsky, heute im Quadro-Squad mit Mr. Delta Nugi Mabossa, hello. Wataro, herzlich willkommen. Grüßere. Was geht ab? Ich hab noch kein Black Eyes für Sledge, sehe ich gerade. So ein Mist. Was? Ja, so ein Kaki. Hey Marvin, nimm mal bei Sledge EMP-Granaten mit. Auf gar keinen Fall. Obwohl, Sledge hat ja gar keine Granaten mehr, oder? Irgendwas haben sie noch schlecht gemacht bei ihm. Ah ne, sein Visier haben sie rausgenommen, ne? Irgendwie sowas. Ich hab Ghost meinte, Visier ist weg. Sein A-Druck. Also 1,5 hat er noch? Nein, A-Kog ist 2,5. Da hast du es weg. A-Kog? Ja, aber 1,5 hat er aber noch. Soll ich jetzt EMP-Granaten nehmen oder normale? Gib mir Bescheid. I want Cock. Äh, das wird schon, wird schon gehen. Okay. Frost haben sie. Das war meine Drohne unten in den Kitchen. Frosty. Ich hätte mal von unten reingehen, denke ich. Alle meine Frosties. Oh, der Bennett hat hier die, das Fenster angeschlagen. Alle meine Aquamaler. Ja, du spawnen nicht, hallo? Ich stehe hier spawnen. War das nicht diese Stifte, die du unter Wasser halten musst oder so? War das nicht diese Stifte, die du unter Wasser halten musst oder so? Hä? Hier werden ganz viele Fenster aufgemacht. Wir müssen mal aufpassen. War das nicht diese Stifte, die du unter Wasser halten musst? Alle meine Aquamaler. Das sind die Stifte, die du so aufladen kannst wieder, ja. Ja. Ich wollte die damals als Kind immer haben. Ich hab die nie bekommen. Ich hab die bekommen und die waren richtig scheiße. Oh, dann ist ja gut, dass ich die nicht bekommen habe. Ja. Weil du halt, ne, also wenn du, das war halt auch so, so Aqua, das war halt Aquamaler. Ja. Das war jetzt nicht so Filzstift-mäßig, sondern... Pass auf hier! Hier, hier! Das ist in random, random. Noch einer! One more, one more, one more, one more! Oh fuck! Wir müssen da schnell hin, Leute! Wir müssen da schnell hin! Wo denn? Der hilft, der hilft seinen Kollegen! Ja, wo ich ihn gerade markiert habe! In der Tür oder was? Ja, ich renne schon, ich renne schon, aber ich kann nicht komplett sprinten. Ich bin, ich bin hinter, hinter dir. Will irgendwer von euch kurz noch mal rein, John? Ja, bin ich. Scan die mal, scan die mal. Hier ist alles free. Ja, ich probier's. Ich probier's. Da ist wieder oben. Ja. Oh fuck, Alter! One fridge! Hier sind noch mehr Footprints, sie sind alle hochgerannt. Ja, okay. Boah, Digga. Haben wir sie ja doch erwischt. Ja! Ja, warte, ich scan gleich noch mal. Ähm, bist du da nur gewisse, bevor du stirbst, die Hedges aufmachen? Jaaa! So, ich kann nicht mehr. Nein! Have you Oryx? Ah, ist wieder nach oben gelaufen. Du hast keine Ladung mehr! Nee, ich hab die beide schon wieder links verloren. Boah, was? Nein! Ja, das war auch schon. Ey, ich hab davor schon richtig hart verkackt, ey. Weil ich mich so komisch gedreht habe. Oh. Habt ihr Drohnen für uns? Sledge, you are too bad. Er lässt sich wegnudeln und sagt, du bist schlecht? Ja. Perfekt. Oh, hier ist Mute. Ja, hab ich gepinkt. Mute anpingen. Wir wissen doch wie beide, ne? Vielleicht. Ich kann hier halt auch nicht reinkommen, weil... Hier ist der Mute. Oh! Hier ist der Mute noch. Mute ist dann, äh, im Eingang. Ren, der kommt jetzt rein zur Zigarren. Kommt rein. Ja, ist egal, ist egal, ist egal. Nein, auf dem Boden liegt der One! Der ist am Fenster, ist rausgeschwungen! Ist rausgeschwungen! Oh mein Gott! Ren, da unten! Ren, da unten! Achso, ja! Beeil dich! Plant den Shit einfach! Oh, C4! Oh! Ja, alles gut, alles gut! Plant, 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 plant doch! Er kommt! Er kommt! Ja, hier! Hier! Hinten! Hier, markiert! Er kommt! Von der anderen Seite! Von der anderen Seite! Ey! Oh! Ey! Ey, du hast sie halt genau ausgewiesen die ganze Zeit, ne? Ey! Was für eine Scheißrunde, ey! Das war auch einfach dämlich, muss man sagen. Was für eine Scheißrunde! Lass uns zuerst Twitch aufmachen! Kälter! Bridge ist hinten B-Bombe, ne? Ja! Ähm! Was ist denn... Sophia! Sophia! Lass uns mal bitte Bahnhofsmuseum reingehen! Jaaa! Dann kann ich nämlich alles wegfusen! Jaaa! Scooter! Ist das denn Ela oder was? Äh, jawohl! Wo ist denn Park? Hier ist Park! Ja! Und bitte auch sagen, wo Mira ist! Dann kann ich da nämlich ein bisschen wegnudeln! Habt ihr schon Mira irgendwo gesehen? Ja, die ist ausport! Ah! Da! Wird sie wahrscheinlich sein, ne? Dornpeak irgendwo? Habt ihr was gesehen? Gehört? Nee! Gehört nichts! Wir sehen auch nicht! Ich werd noch mal kurz die Drohne anschmeißen! Ich hab schon ne Drohne hier! Ach ja! Oh hier ist Fenster offen! Warte ich check das! Meine Drohne ist aber... Hast du da? Hast du ein Loch rein? Jaa! Red Stairs oben! Red Stairs Hedge! Dann lass uns einfach Bahnhofs-Museum reingehen! Hä? Hier ist gar nicht... Die haben gar nicht reinforced hier! Fuck! Warte! Nicht dass da... Oh hier! So! Ey du nudelst mich jetzt weg! Frost ist tot! Ey ist... Oben, ne? Oben! Ist die Head gerade aufgegangen oben! Hab ich! Hab ich! Schönes Ding! Top ist weg! Fridge ist offen, ne? Fridge ist offen! Kannst du rein drohen eben? Äh ja warte! Schau kurz! Ja meine Drohne ist kaputt! Warte kurz! Drohne ich, Drohne ich, Drohne! Fahr nach rechts! Hier ist die Mira! Meine Drohne wird kaputt gemacht! Meine Drohne ist kaputt! Durch Fuse! Rechts war die Mira! Sind die On-Spot? Ich bin On-Spot! Wir sind On-Spot! Soll ich planten einfach? Ja, wir planten! Wir planten da hinten! Da ist einer! Ich plante! Nein! Hinter dem Mira-Fenster! Hinter dem Mira-Fenster! Die ist jetzt... Da! Da 3er ping! Ah fuck! Hinter dem Mira-Fenster! Hinter dem Mira-Fenster! Da haben wir Mülltonne hier! Ich mach da hinten auf! Ey, fick mich ey! Sind wir noch da? Egal, die ist... Wir haben das gewonnen! Sind wir noch da? Ist Rotation drüben auf deiner Seite von Mira-Fenster? Bleib einfach hier liegen! Ja, ja! Man muss halt, dass die Hall-Way läuft, ne? Ose, vielleicht hinter dir! Selbst wenn! Da! Ja! Sehr schön! Das meinte ich! Ja! Ganz schön! Endlich mal gehört! Einer läuft wieder nach oben! Einer läuft wieder nach oben! Ja, einer ist nach oben gelaufen! Hier wird nichts verstärkt! Da kann man ja eigentlich schnell reingehen, ne? Wenn man die Cup-Gun-Traps irgendwie ortet! Ja, dann let's go! Bridge ist offen! Bridge ist nicht reinforced! Bridge ist nicht reinforced! Ja, dann lass uns da... Keine Cup-Gun-Trap an der Door! Aber jetzt wird wir in Faust! Jetzt ist... Ja, okay! Beide! Okay! Was wir jetzt halt nicht wissen, ob die da noch irgendwie Bandit-Krams machen oder so! Äh, hier wurde Cam geguckt! Vielleicht Spawn-Peak? Ich weiß nicht! Boah, ich hab, wenn ich aimer, hab ich weiß, ob das hier... Ähm, Waffen wechseln oder so! Dann geht das weg! Auf Drohne gehen und wieder zurück oder irgendwie sowas! Naja, hab ich, hab ich, danke! Okay, jetzt ruhig bitte! Ich muss was hören! White Stairs ist clear! Da hinten haben wir einen! Äh, Small-Bakery! Small-Bakery! Lobby, Lobby! Stairs! Kapkan runter! Kommt der! Ist egal! Hier! Hier! Kapkan! Hier! Kapkan on-Spot! Kapkan on-Spot jetzt! Okay, wollen wir rein? Ja! Ja! Wir sind angefraggt? Ah, und oder? D'Odor! Gekämmt! 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 Puls, du dumme Sau. Loll, unser... Ja, Puls hat von oben C4 runtergeschmissen, als ich gedronet hab. Ich hab den Diffuser, aber wir können nicht mehr breachen. Äh, White Stairs, Mark. Kev. Bei dir. Deko. White Stairs? Okay, das bin ja nicht echt. Da war die Kev grad. Warst du mit Red Stairs? Äh, warte. Drohne. Ich hab keine Drohne für Red. Hä? Warte, dann mach ich kurz hier meine Drohne für Red. Ja. Jawoll, hab, hab, hab. Ich guck Red. Unzufügt ist die halbe Meter. White, das ist was. Ich bin dran. Pass auf, wegen Traps, ne? Äh, sag Flöte, was machst du da? Wann, wann gehen wir mal weiter rein? Abhängen. Ja, wir müssen... Ich hab nur noch 40 Sekunden. Ja. Die sind irgendwo C4 preplaced. Aber ich weiß nicht wo. Wir müssen hier pushen. Ja, die machen grad... White Stairs Cap. White Stairs Cap. Wow. Drohne kaputt. Hinten im Freezer. Pass auf, da kommt das... Ne, äh, Caveira. Ja, wir müssen da weiter rein pushen. Hinten Richtung Freezer. Ja komm, wir müssen da rein. Hier, Marvin. Spreng nicht, wir müssen... Ihr müsst rein. Es sind 18 Sekunden. Ihr müsst das machen. Oh Scheiß, Alter. Nein! Aber es hat alles viel zu lang gedauert, Digga. Viel zu lang. Ja, ja. Wir hätten da mal reingemissen. Caveira hinten. Da noch zu lange abzuäumen. Das war Käse. Macht man Bar zu? Badezimmer? Ja, ne? Ähm... Ja. Mach einfach. Geh ich schon. Der hat den Bar zugemacht. Okay, also die Angehörungsrücken jetzt... Die waren... War nicht sehr schlaff. Wollen wir mal, dass jetzt mal... Wenn's besser wird hier. Ich hab irgendwann eine Contact-Nate. Du mal Thorsten, hau mal eine Contact-Nate hier an die... Ich hab keinen Contact-Nate. Ich... Ich bin vorne. Ich hab entweder Schild oder Stachel dran. Weiß. Wollen wir noch Contact-Nates? Ne. Also... Nicht mehr. Auf jeden Fall. Nuck, ich... Der spielt wieder Kapkan mit C4 oder was? Aha. Ja, wir haben nicht mal Contact-Nates, um... Ihn... Aber wir haben nen Origin. Da kommt ich. Jemand. Ja. Leute... So. Nein! Er ist geduckt reingekommen, ey! Scheiße! Oh... Dadurch hab ich ihn nicht gesehen. Ich hab einen. Hab einen. Oh! Oh! Sehr gut! Wow! Well played, Digga. Ähm, Bakery ist übrigens der Bug reingegangen, ne? Das kann ich euch schon mal sagen. Bakery? Okay. Den hör ich auch immer noch hier irgendwo bei eins. Geht wahrscheinlich Redstairs hoch. Skylight. Skylight. Schön. Der dritte Typ, der jetzt am Skylight schlägt, ne? Bak, Bahnhofsmuseum. Ja. Der Colt kann nicht führen. In Drain. Ein Gegner verbleibt. Äh, Bak ist immer noch im Leben. Der ist auf jeden Fall auch schon irgendwo drin. Ja, hier drin wahrscheinlich irgendwo. Ich aim ab. Ich aim einfach ab. Oh! Er ist schon unter dem Tisch gewesen, Mann. Jo. Komm mal. Sehr gut! Also bei mir läuft einfach überhaupt komplett gar nix. Alter, 1-4! Ich hab null! Ja, okay. Ja. Ich mach Drop-Zune, ne? Hallo, ich bin auch wieder da. Oh, warte mal. Ich mein, die machen wir vorne. Da war auch nur einer, der bei denen hat ein Carryinges, ne? Der Rest war noch nicht viel. Ja. Also gut, find ich die auch nicht. Nur, bei uns läuft eben auch nicht. Ja gut, bei uns ist ja ehlig, ne? Ja. Noch ein Job, der zu muss? Ne, ne? Geht nur den einen. Ne. Ne. Ich würde erstmal relativ weit nach oben gehen. Wird jetzt mal ganz stumm. Ich bin mir ziemlich sicher, die werden im Fridge angreifen auch. Oh mein Gott. Oh ja, da wurde schon angefickt. Ja, 10 AP hab ich noch, ne? Eintreff lang. Oh mein Gott. Auf jeden Fall schon bei Garbage draußen. Das ist wirklich ein Drone vor Fridge. Junge. Hier ist jemand. Zwei, zwei Leute hier. Views und Ace, glaube ich. Ja, ich hab erstmal Stress gemacht, damit die... Einer hier und einer da. Nicht einfach Attacke machen können. Also einer hier und einer am Breach noch. Views ist wieder raus. Hier ist der Ace. Auf 4er Ping. Das heißt hier, gib mir immer Bescheid wo, genau. Unten. Beim Weihnachtsbaum. Ja genau. VIP-Bereich steht hier. Bar. Views. Views will an die Wand breachen. Geht nicht. Ich glaube bei White ist noch ziemlich viel los. Äh, Ace geht hoch zur Lobby. Zur Lobby? Hm, zur großen Lobby. Wo du die Stairs hochlaufen kannst aus Kitchen. Hier ist der Fuse. Was heißt hier nochmal? Da, okay da. Oh, unten Bar. Ist das Bibliothek oder? Nee, nee. Wer hab ich? Hier, wo ist der letzte Call? Ah, hier, hier der Fuse. Fuse hier unten. Vor Bar. Okay. Fridge runterlaufen. Da seht ihr den. In dem Raum. Dieser Scheiß. Jetzt ruhig bitte. Ihr könnt den, glaub ich, pushen. Ziemlich gut. Ihr schießt ein bisschen. Dann nörgert er dir, Diko. Nein, lol. Das ist gar nicht fused. Das ist, äh, glass. Boah, das wär schön, ey. Alter, aber ewiger Scheiß, ey. Uuuh. Aber krass, dass ich, obwohl ich so viel Stress gemacht habe, dass er trotzdem in die andere Richtung abgamed hat, ne? Ich hab nicht gedacht, dass die niemanden dabei haben mit Impact Nades. Äh, äh. Alter, jaaa. Die Drohnenpimmelparty hier, oder was? Don't Pimmelparty. Meinst du, die greifen wir hier unten an, oder hier oben? Ich glaub, die werden oben Zigarloch. Können die gehen. Mhm. Uh-oh. Da kam doch schon ne Drohne. Mach ich hier mal zu. Ja. Okay, dann wollen wir mal. Ach, hast du verstärkt sogar da. Ah, okay. Ah, okay. Ach, hast du verstärkt sogar da. Ah, okay. Ach, hast du verstärkt sogar da. Wie kann man hier das gut dashen? Wer bleibt denn jetzt oben? Ach, du bleibst oben. Äh, ich wollte eben noch unten ein paar Mute-Jammer stellen, aber... Amaru, wo? Ne, warum, glaub ich? Um, 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 ganz oben. Da sind wir grad abgehauen. Okay, ich geh wieder zurück. Ah, hab sie. Sehr gut. Oh mein Gott, gebumst. Ich hab ne Maestro-Cam in, in der großen Lobby. Falls jemand Inter braucht. Noch geht's. Äh, ist sonst irgendwer, jemand ganz oben? Oh, hier rappelt einer. Ich tu grad die Camps durch. Am, am A-Window ist die Finca. Hey, ich muss was hören jetzt. Wo ist die Finca? Sehr schön. Wo ist der? Hier am Window oben. Ganz oben ist wieder einer drin. Sind zwei Leute drin. Ganz oben. Oh. Zwei Leute, okay. Also ich hör, ich hör zwei zumindest. Ja, äh. Einen hatte ich da, aber den zweiten seh ich nicht. Red, ich glaub hier. Dann pushe ich weiter. Ja. Hab ich. Hab ich. Okay, du, letzter Flurz. Weiß nicht wo, aber letzter Flurz. Jaaa. Ey, endlich mal ne gute Runde. Ne, ne clean Runde. Ich, ich geb nur noch Maestro. Ich geb einfach nur noch Calls. Alles gut. Dann muss ich nichts machen. Äh. Er letzt noch mal zwei Killes gemacht. Ey, meine Fresse. Davor war echt Hunger. Hungerstecker für mich. Alpha Pack, 8%. Leider nein. Schade. 11%. Nein, auch nicht. 31%. Komm, ey. Hoffentlich. Alpha Pack. Warum ist es? Nein. Auch kein Alpha Pack bei 30%. Dafür. Muchachos. Läuft. Check die Beschreibung aus. Link zu Nuggi Filmen, der vielleicht auch zu Delta, äh. Falls wir den mittlerweile mal reingepackt haben. Wer es euch gefallen hat. Däumt mich nach oben. Würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal reingauen. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.